Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute noch einmal über Solana unterhalten. Wir haben nämlich einige interessante Neuigkeiten dafür, denn Solana möchte tatsächlich das eigene Mobilphone, also das eigene Handy rausbringen, das Solana Mobile Phone. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drüber. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Wir gehen natürlich auch nochmal auf den Kurs ein für Solana etc. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, Solana muss ich gestehen, obwohl ich eigentlich noch gar keine Altcoins kaufen wollte, war das so der einzige, den ich tatsächlich nachgekauft habe. Aber nicht aus dem Grund, weil ich es halten wollte. Ich bin eigentlich nicht wirklich in Solana investiert. Die Idee war eigentlich, dass ich da das Ganze nochmal in Steppen stecke, um meine Strategie da so ein bisschen zu überarbeiten bezüglich der Luck Gems und so weiter. Wenn ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr euch das hier sehr gerne mal anschauen. Da habe ich das erklärt, wie so die neue Strategie ist. Jedenfalls bin ich da bei 26,50 Dollar eingestiegen. Und aktuell haben wir wieder einen Preis von 40 Dollar. Ich habe die noch nicht gekauft. Also sprich, es liegt dort noch in Solana. Es ist auch gar nicht so viel. Es waren 15 Solana. Ja, jedenfalls auf jeden Fall coole Preissteigerungen. Idee ist tatsächlich dann noch nicht umgesetzt worden. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob ich es da jetzt rein investiere oder ob ich einfach auch mal wieder Profite ziehe oder doch die Solana jetzt hoddle. Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Das wird sich höchstwahrscheinlich diese Woche entscheiden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es noch nicht in Steppen gepackt habe, weil zu der Zeit Steppen dann auf jeden Fall wieder ein bisschen gesunken ist beziehungsweise der Floor Price der Schuhe, was natürlich als Gegenwert auch wahrscheinlich mit der Preissteigerung etwas zu tun hatte. Auf der anderen Seite, GMT performt aktuell ziemlich stark. Fast 100% Anstieg. Zwischenzeitlich sogar tatsächlich 100% Anstieg hier vom High aus. Also mal schauen, ob da auf jeden Fall auch noch die Tage mehr bei rumkommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Jedenfalls zurück zu Solana. So sieht auf jeden Fall der Kurs aus. Ich kann prognosetechnisch da nicht viel zu sagen, weil Solana einfach übelst viele Probleme hat. Immer mit der Blockchain und allem drum und dran. Mit der Skalierbarkeit sowieso und wie oft das abstürzt. Das ist einfach Wahnsinn. Und ja, so lange ist es auf jeden Fall eigentlich für mich kein wirklich attraktiver Coin. Wie gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich gekauft habe, war, weil ich bei Steppen nochmal Gems kaufen wollte. Aber aktuell auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trade. Ja, knapp 50% Profit in diesen Phasen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Das sieht man sehr, sehr selten. Gerade, wenn man nicht unbedingt das perfekte Tief getroffen hat. Von daher auch so ein kleiner Glücksgriff. Von daher, ich werde hier keine großartige Prognose abgeben. Ich kann da nicht sagen, wohin das bei Solana gehen wird. Viele haben ja auch schon gesagt, das wird komplett sterben, weil es einfach viel zu oft ausfällt und so weiter. Dementsprechend, ich warte es einfach ab. Mal schauen, wo sich das hinbewegt. Ich sehe auf jeden Fall jetzt nicht die heftigsten Breakouts, dass wir da irgendwie wieder 100 Dollar relativ zeitnah sehen. Von daher, das denke ich, wird nur passieren, wenn wir generell den Bullrun wieder aktivieren. Und dann muss natürlich auch die Leitwährung, in dem Fall der Bitcoin, wieder ordentlich performen. Und ja, das sehe ich aktuell noch nicht so wieder. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich im letzten Video auch gesagt habe, dass es das Low hier gewesen ist. Aber ich denke nicht, dass wir da jetzt großartig sofort wieder den Bullrun aktivieren. Ja, da kommt natürlich auch ein bisschen auf den Zinsentscheid an, Ende Juli dann, ob da wieder zurückgerudert wird und so weiter. Das könnte natürlich auch nochmal dann was Bullisches auslösen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen tatsächlich über Folgendes hier sprechen. Und zwar hat Solana, oder möchte Solana besser gesagt, ein Mobiltelefon rausbringen. Das ist auf jeden Fall ziemlich verwirrend, gleichzeitig aber irgendwie cool. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, oder das habe ich auch sehr, sehr viel in den Kommentaren gelesen, die sollen nicht daran arbeiten, jetzt ein Handy, Krypto-Phone oder sowas rauszubringen. Die sollen ihre Blockchain-Probleme in den Griff bekommen. Also es passt eigentlich irgendwie überhaupt nicht zusammen, aber das wird sicherlich auch das eine mit dem anderen nicht viel zu tun haben, dass es irgendwie eine Koexistenz auch sein wird. Wenn wir uns hier mal anschauen, Solana Mobile, auf jeden Fall auch, ja, sehr, sehr interessant. Und wie wir hier im Tweet auch sehen können, preorder at solanamobile.com. Das heißt, man kann tatsächlich sich schon auf eine Warteliste setzen und sich dieses Handy vorbestellen. Und da bin ich ganz ehrlich, das habe ich gemacht. Weil ich finde sowas interessant, Krypto-Phone als solches, eine sehr, sehr geile Idee. Wie gesagt, Solana hat definitiv eigentlich andere Probleme, an denen sie arbeiten sollten. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mit meinem aktuellen Handy, ich habe einen Xiaomi, Xiaomi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, bin ich absolut unzufrieden. Das geht mir richtig auf den Sack und ich wollte sowieso ein anderes haben. Und ob das jetzt auch wieder irgendwelche Fehler kriegt oder nicht. Ich finde es einfach interessant, sowas mal auszuprobieren. Von daher, ich habe mich tatsächlich da auf die Warteliste eingetragen. Das könnt ihr letztendlich hier auch machen, auf der offiziellen Seite store.solanamobile.com. Ist auch kein Werbevideo hier oder so. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich sage euch nur, dass ich das mache, weil ich finde das cool. Ihr könnt hier dann ganz einfach Germany auswählen, auch, dass ihr in dem Fall auf die Warteliste kommt. Und die Erwartung für das Shipping, also den Versand, wird Anfang erstes Quartal 2023 sein. Also gutes halbes Jahr. Lass es vielleicht sieben, acht, neun Monate maximal werden. Zumindest laut aktuellem Stand. Von daher, so lange ist es noch gar nicht hin. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich würde es gerne ausprobieren. Auch einfach aus dem Grund, dass ich es euch dann in dem Fall hier vielleicht mal vorstellen kann. Darüber berichten kann, wie das Ganze so funktioniert oder was das Ganze so besonders macht und so weiter. Das kann man sich natürlich auch so, da so ein paar FAQs, ein paar Facts hier schon einlesen in dem Fall. Also ja, ich habe mich dafür eingetragen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht macht das ja der eine oder andere von euch auch. Ihr könnt mir ja auch dazu mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber grundsätzlich ein Kryptophon. Wir alle wissen, warum wir ein Krypto sind. Auf der einen Seite, klar, man will natürlich Rendite machen. Aber mein Hauptgrund ist auch einfach, ich bin für die Materie da. Ich finde Krypto faszinierend. Ich finde das Konzept dahinter genial. Und ich denke, dass Krypto irgendwo, beziehungsweise natürlich auch die Blockchain-Technologie Web3 mit allem drum und dran, die Zukunft sein wird. Und dementsprechend möchte ich dann natürlich auch up-to-date sein, was das alles betrifft. Und ja, wenn es das erste Krypto-Web3-Phone ist in dem Fall, ja, dann möchte ich auf jeden Fall einer der ersten davon sein, die in dem Fall dabei sind. Ob das jetzt nun floppt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich möchte es auf jeden Fall probiert haben, und zwar als einer der ersten. Und dementsprechend, ja, habe ich das auf jeden Fall gemacht. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Die Kommentare, wie gesagt, die waren sehr, sehr zwiegespalten. Einige sagen natürlich coole Geschichte, die anderen sagen ganz klar, ey, hier Solana, das große Bitte an das Team, kümmert euch erstmal um eure Blockchain-Probleme, dass die nicht ständig abstürzt, anstatt dass ihr euch darauf fokussiert, irgendein Telefon rauszubringen. Aber wir können auf jeden Fall hier mal ein paar Facts durchgehen. Und zwar, im Moment ist Web3 nicht für Smartphones gemacht, und sie benötigen einen Desktop-Browser, um es voll auszunutzen. Das stimmt, Solana Mobile Stack ist eine Krypto-Schicht, die auf Android basiert, um die mobile Web3-Benutzererfahrung nahtlos zu gestalten. Also, so wie ich es rauslese, wird das nur Android sein. Für mich, ich bin schon immer Android-User, ich konnte mich noch nie mit Apple irgendwie anfreunden, gerade halt, wenn ich auch mit dem Handy arbeiten muss. Wenn man alle Komponenten davon hat, ist das sehr, sehr geil. Aber als solches, ich habe mein iPhone gehabt, immer, wenn es halt immer hieß, es irgendwo geht nicht, weil es ist Apple. Und dementsprechend, ich bin dann, ja, gängige Android-User. Von daher, ich werde es auf jeden Fall testen können. Einige werden es dann wahrscheinlich nicht ausnutzen können. Solana Mobile Stack beinhaltet, ist Seed Vault in die sichere Hardware integriert, einfache plattformweite Transaktionssignatur, Solana Pay für Android, die Zentraler, die App Store und vieles mehr. Also das auch auf jeden Fall eine neue, coole Sache. In dem Fall, wenn das fehlerfrei funktioniert und das nicht das Telefon wird, das sieben Mal pro Tag abstürzt. Und das wäre natürlich katastrophal, aber wir werden sehen. Ich bin, wie gesagt, da sehr, sehr gespannt drauf. Es kommt zuerst auf Saga, ein Flaggschiff-Gerät, das von Solana Mobile und Awesome Privacy-Auslieferung Anfang erstes Quartal 23. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Reservieren Sie Ihre mit einer rückzahlbaren US-DC-Anzahlung in Höhe von 100 US-Dollar. Also wie gesagt, die ist dann halt rückzahlbar, wenn da irgendwie wahrscheinlich Probleme und so weiter auftreten. Um ein neues mobiles Ökosystem zu starten, Solana Foundation hat einen Fonds in Höhe von 10 Millionen US-Dollar aufgelegt, um das Wachstum mobiler D-Apps zu fördern. Also Decentralized Apps, erfahren Sie mehr hier. Da kann man sich das Ganze auch nochmal durchlesen. Es ist Zeit für Krypto, mobil zu werden und Sie können helfen, es zu bauen. Das Solana Mobile Stack SDK ist ab sofort verfügbar. Was werden Sie erstellen? Ja, also in dem Fall, ich packe euch hier dieses Medium auch nochmal rein in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auch das Ganze nochmal genauer anschauen. Für mich, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Geschichte. So wie ich das verstanden habe, wird das quasi auch das Telefon selbst, so eine Art Hardware-Wallet in dem Fall, was ich sehr, sehr cool finde oder die Idee dahinter zumindest eigentlich nicht schlecht finde. Denn wenn es laut unserem aktuellen Wissensstand so alles funktioniert, ja, dann hat man einfach beides in einem. So, ich brauche nicht sonst irgendwo noch ein Ledger rumliegen und so weiter und sollte ich auch in dem Fall hier das Handy verlieren, kann ich quasi oder müsste ja rein theoretisch mit dieser Seed Phrase und so weiter alles über ein neues Handy dann auch wieder komplett hergestellt werden. Also das ist eigentlich eine richtig coole Geschichte von der Art her zumindest. Wie gesagt, ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze umgesetzt? Funktioniert das? Ich denke definitiv nicht, dass es direkt fehlerfrei funktionieren wird. Aber dafür sind wir da. Das ist auch in dem Fall sicherlich alles wieder Beta-Work. Von daher, ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich werde einer von denen sein, die das als erstes dann bekommen können und dann kann ich es hier auf dem Channel dann auch vorstellen und bin sehr, sehr gespannt, was ihr dann davon halten werdet. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell davon haltet von der Idee, ja, so ein Krypto-Mobile-Phone. Ist das für euch eine geile Sache oder sagt ihr, äh, das geht eher völlig in die falsche Richtung, das sollte so nicht sein und wie gesagt, erst recht nicht mit Solana, die haben andere Probleme, an denen die arbeiten sollten. Schreibt mir auch das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich wie immer sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.